hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von it's youtube time heute gibt es das zweite video zum fred deluxe junior wenn du auch das erste video sehen möchtest dann schau doch unten einmal in die video beschreibung dort habe ich dir die playlist verlinkt wenn man einen neuen grill hat sollte man die hitze verteilung möglichst gut kennen und die kann man idealerweise mit dem toast protest austesten und das habe ich hier für euch mit dem fred deluxe junior gemacht und möchte euch einmal die ergebnisse hier vorstellen bevor wir uns aber das ergebnis ansehen möchte ich einmal kurz darauf eingehen wie ich den test durchgeführt habe bei jedem normalen grillen lässt man seinen grill ja durchheizen so ungefähr zehn minuten das habe ich hier an dieser stelle ebenfalls gemacht bis dahin hatte der grill ungefähr 250 grad erreicht ich habe ihn dann abgestellt warum ist euch wahrscheinlich schon klar denn die toast brote sollten natürlich möglichst zeitgleich hitze bekommen damit das bild was entsteht auch aussagekräftig ist bei der ersten testrunde hier hatte ich die toast brote ungefähr eine minute 30 bei voller leistung aufliegen und dann beide brenner abgestellt um hinterher wieder auf ein zusammen passendes bild zu kommen habe ich die toast brote quasi wie ein quer liegendes papier über die kurze seite von unten nach oben umgeblättert und dann wieder alles ausgelegt das testbild hier in der ersten runde zeigt schon ganz gut wo es hingeht ist für mich aber noch nicht klar genug ich habe die toast brote einfach zu kurz auf dem grill gelassen das ist ja immer ein schmaler grad zwischen völlig verbrennen und auch ein gutes bild haben wir sehen das hier gleich noch mal in der zweiten runde das ergebnis dieser ersten runde hier wollte ich euch dennoch nicht vorenthalten und hier ist nun das ergebnis der zweiten testrunde meiner meinung nach ist das flammenbild relativ gut und zusammenhängt und auch die hitze verteilung im mittleren bereich finde ich gut woran ich das festmache ich hatte letztes jahr den enders monroe pro 4 sek turbo bei mir im test und da war das hitzebild lange nicht so gut gerade beim grillen einer simplen bratwurst merkt man sofort wenn die hitze verteilung nicht gleichmäßig ist eine seite von der wurst ist schon schwarz während die andere seite noch völlig weiß ist und das problem hatte ich hier bei dem fred deluxe junior definitiv nicht die hitze verteilung am rand könnte vielleicht etwas besser sein aber vielleicht haben auch die wetterbedingungen an dem tag eine rolle gespielt das war relativ windig mit fast 25 stundenkilometern und auch ziemlich kalt mit 0 grad aber schreibt mir doch gerne eure meinung zu den ergebnissen der hitze verteilung hier von dem fred junior deluxe unten in die video beschreibung ich bin ganz gespannt auf den austausch mit euch und wenn du weitere videos zum fred junior sehen möchtest dann abonniere gerne meinen kanal aktiviere die glocke und du wirst automatisch über die neuesten videos informiert vielen dank von ins youtube time und bis zum nächsten mal